Herr Santi, Geburtstag am 16. Mai. Ja? Jedes Jahr. In welchem Jahr Sie geboren wurden? Da waren Sie wahrscheinlich noch flüssig. Wählen Sie Ihre Worte weise. Ich belasse es jetzt bei einer Mahnung. Beim nächsten gibt es ein Bußgeld. Mein Mandant ist am 3.5.1948 geboren. Danke. Du scheiß Pätze. Sie wohnen wo? Bei meinem Sohn. Und wo wohnt Ihr Sohn? Bei mir. Gott verdammt, wieso beantworten Sie meine Fragen nicht einfach direkt? Ich nehme grundsätzlich an Umfragen nicht teil. Wir sind hier bei einer Gerichtsverhandlung, also sagen Sie mir, wo ist Ihr Haus? Mein Haus ist neben meinem Nachbar Gustav. Wo wohnt Ihr Nachbar Gustav denn? Na, er wohnt neben unserem Haus. Wir wohnen hier, er wohnt da. Herr Santi wohnt in der Richard Wagner Straße 2 in Köln. Wieso sitzt so ein Justus neben mir? Er snitcht die ganze Zeit. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Scheiß auf dich!